Heute sprechen wir über den OC-Sharp Short-Range Distanzsensor. Sie lernen heute das chromatisch-konfokale und interferometrische Messprinzip und die Anwendungsfelder kennen. Die Technologie des Short-Range Distanzsensors OC-Sharp beruht auf einem einfachen physikalischen Prinzip, der Lichtbrechung. Dieses Phänomen ist vielen bekannt. So wird beispielsweise weißes Licht beim Durchgang durch ein Prisma durch die Lichtbrechung in ein kontinuierliches Farbspektrum zerlegt. Das konfokale System verwendet eine Weißlicht-LED, deren Licht vom Controller durch einen Lichtwellenleiter zum Messkopf geführt wird. Aufgrund der Anordnung der Linsen tritt dabei eine Lichtbrechung in Abhängigkeit von der Wellenlänge auf. Licht mit unterschiedlicher Wellenlänge wird auf diese Weise unterschiedlich fokussiert, von der Oberfläche reflektiert und in einem lichtempfindlichen Sensorelement abgebildet. Das Sensorelement ermittelt die reflektierte Wellenlänge und bestimmt so die Distanz zum Objekt, basierend auf einer vom Hersteller vorgenommenen Kalibrierung. Für vielfältige Einsatzmöglichkeiten stehen unterschiedliche Sensorköpfe zur Verfügung. Der Short-Range Distanzsensor OC-Sharp verfügt über drei Betriebsarten. Betriebsart 1. Mit der chromatischen Distanzmessung können Topografie, Profil- und Rauheitsmessungen durchgeführt werden. Betriebsart 2. Chromatische Dickenmessung kommt bei der Dickenmessung von transparenten Objekten zum Einsatz. Betriebsart 3. Interferometrische Schichtdickenmessung empfiehlt sich, um hauchdünne und mehrlageige Schichten zu messen. In Kombination mit der Auswahl an unterschiedlichen Sensorköpfen eröffnen sich so viele Anwendungsfelder. So kann die chromatische Dickenmessung in der Elektronik- und Solarindustrie genutzt werden, um Oberflächentopografien von Solarwefern zu erstellen mit einer Auflösung von bis zu wenigen Nanometern. Bei der berührungslosen Vermessung der Wandstärke und Rundheit von Glasbehältern kommt es auf hohe Geschwindigkeit und einen großen Neigungswinkel an. Ein idealer Anwendungsfall für die chromatische Dickenmessung mit einem Neigungswinkel um plus minus 30 Grad. Die Dicke von bis zu 3 µm dünnen transparenten Folien messen die Sensoren in der Betriebsart interferometrische Schichtdickenmessung berührungslos und hochauflösend, schnell und unabhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Eisbücher Vielen Dank.